ja und willkommen zurück bei innen aber wenn da mit mir ist er sei hat die und meiner aufnahme freundinnen alle barten soll über den armen nur aufnahme freundin wenn er aus der Niederlande der Art Tiro gehören habe wieso die anderen vorstehen dort aus Morpo egal um wir haben das Tutorial durchschnittst wird dort wird so man da ersten ob es der Quest die Woche einnehmen die Ecke ja ich war ein ich war ein ist doch schon das ist ein Wohre für recht denken das kommt schon gleich was geflogen was war ein Glück schade ich dachte mein blödes Handy gar nicht ersetzen gegen ein besseres er macht das das ist gut dass das jetzt schnell durchgeht war die folgen rund immer 20 minuten betrag henn denke ich mal je nach upload also die Stahl habe ich ne ja wir wissen aber das direkt zur Schurke ich bin mir voll mit dem werbungen auf der wollte die musik und zwei computer laufen lassen du machst dich eher rar würde ich meinen weil ich dich hier nicht sehe da gehen wir nicht die quäste schon ein nun machen wir rocken sie dann zusammen durch da soll gleichzeitig ein wegweiser werden für die die wenn wir das spielen und nicht wissen wo es lang müssen so wie es bei uns mit den anderen accounts der fall war der größten teil wird man das schon mehr dass wir größer ist wo wir hinrennen müssen was wir machen müssen das ist glaube ich der komische sprint akana habe ich glaube ich nicht das das habe ich ja schön sich da oben ein ab sie sind hier ach halt die klappe so so oh gott ja das ist ja ein paar haufen ihnen gefallen so da haben wir die auch über gräten lang gelegt wieso auf der neuen oder was jeder nach dem sturm hat angehmein und die gilde aber es geht ja noch gar nicht ich habe dafür den vorteil ich kann von meiner anderen account mit geld rüber schippen das konto das vorteil hast du leider gottes nicht stimmt ich kann mir aus der gilde abheben und ihr geben gleich schön heiltränke ich habe ein bisschen verbraucht du hast deine erfahrung in dem spiel großartig ich habe nur mit meinen ein den den oberwörner wo er hat man so viel nicht verfügbar die schöne scheibe ein deutsch bei der nächsten aufnahme läuft das übernacher computer aber ich kann schnell mal rüber zwitschern weil hier muss jedes mal habe ich glaube so eine blöde aufnahmelücke was ich dann so nicht habe jedes mal muss ich das schneiden wenn ich jetzt offen rüber zwitschern da kriege ich das bild dass ich gleich wieder zurück bin ja aber die haben die brauche ich habe die free und die pro ist mir zu teuer ja knappe 250 dollar im monat das ist ja ich muss mal bei gelegenheit wie warst du mal bei switch stream weißt du mal bei twitch streamen aber das eine programm da was das bach genutzt was hast du doch mal im internet mehr rausgefunden von einer sich wenn sie nächste die eine kontinue bringt die andere nicht war das von scheiß ich könnte ich bin gleich wieder da so ich bin wieder da so Wo ging es denn jetzt hier raus? Ach ja. Ja, ich brauche es. Das sollte so sein, als würde ich so tun. Ohne als wisse ich wohl lang. Das Problem ist halt, wir wissen halt, wo es lang geht. Da warten noch sehr viele Schnellauflösungen für euch. Für bestimmte Dinge, wo man ewig rätselt. Das war ein bisschen mal einbreit. Ne, das war mehrfaches schon. Das war ich wie das mit der Hafnerin. Wo man erstmal die Eule da suchen musste und hat sie gepusst. Nein, im Endeffekt stand es genau da. Und wir haben es an dem Tag versucht zu finden. Der Standart in der Quest. Ähm, sucht sie da und da am nächsten Tag auf. Ach so, ja, das wird dann später sehen. Ich werde diese Quest hier noch annehmen. Und dann werde ich die Folge wieder beenden. Das ist noch gar nicht so lange, die Folge. Zehn Minuten. Ne, ja. Oder? Na, okay. Wir können ja noch. Okay, dann wären wir uns jetzt erstmal im Channel mit... ...10 Uhr gehört treffen. Ähm... Ich kann leider, glaube ich, noch nicht wechseln. Oder? Ich kann noch nicht. Ich kann. Auch nicht. Ne, ich hab dich nicht. Scheiße. Ähm... Bei Nox. Ja, also sind wir nicht gleich. Naja, 35 Sekunden noch. Wird ja wohl wahrscheinlich geschnitten. Nein, derzeit kannst du ja zu Briefkasten gehen, weil dein Anfangsgeschenk schon... ...stimmt. Der Schleichweg für Könner. Warum rennst du denn so weit, du Nuss? Guck mal. Was hier ist. Scheiße. Hm. Bisschen, bisschen die, äh, Neverwinterstadt zeigen. Och, komm, das hat immer noch aufgegeben. Ja. Von der Gipfel, ich hab bei Noxie einer angenommen, ne? Ja, komm. Da, wo ich... Ich hab ja, komm und hier auf mich. Gut. Das passt ja. Ender auch. Okay. Gut, dann... Tschüss aus. So, was machen wir denn da mit unserer... Jetzt gehst du erst mal auf Nett. Ah, stimmt. Dann gucken wir mal auf Fälscher, bin ich denn ich... Ich... ...protzen. Ich bin auf Dau 6, die ist aber voll, glaube ich. Ja, dann treffen wir uns in der 25. Good now, ab auf der 25. Und da haben wir sie da. Warte mal, wie war das? Ach ja, du hast es jetzt schon gemacht. Ich wollte es gerade machen. Ja, gube das. Später ablehnen, annehmen. Ne, doch, ich nehme an. So, dann... Warte mal. F... Dienstbums gemacht, hier, äh, Gestalterei von deinem Account an. Ich meinst, geh Bock. Dann nehmert die mal an, hier. Ich noch nicht. Habe ich noch irgendwo irgendwas? Die drüben habe ich was. Ich muss mal gestellte Alleinnehmen. Was, da drüben ist was im Ende? Beim Lagerfeuer. Oh, das ist dann wahrscheinlich Kasseliegens. Kann sein. Und dann habe ich noch... ...da drüben irgendwo ein Fragezeichen. Ja, da war ich noch nicht. Ich muss mal kurz gucken. Das war doch bei dir auch schon mal das Problem. Ähm, das ist das, was er mir jetzt zeigt. Achso, ja, ne, oder ne, das ist falsch Richtung. Warte mal. Ich komme gleich runter zu dir. Ja, ich habe da oben Fragezeichen. Ja, da kommt er her. Drachen abschließen. Das ist das... ...Ding, was wir hatten, was da unten war, beim Lagerfeuer. Diese Quest musst du angenommen haben. Ne. Echtig? Dann habe ich dir wahrscheinlich woanders angenommen. Hm, kann sein. So, dann ist hier oben ja gleich eine dieser Kugeln. Ähm, jo. Ja, gleich hier oben. Ja, die habe ich auch schon. Diese Aussichtskugeln, die habe ich angenommen. Die steht da, der Typ steht da neben der Kugel. Ja, weil ich die... ...ja, die anderen Quests noch annehmen wollte. Ja, ich will da oben. Gesundheit. Ja, ich nehme aber die hier. Führt natürlich lang, Mensch. dafür die mit der kirchhoff oder man kann man so dann die drei die große noch das ist die große und namen portal dafür jetzt nicht gerade lang glaube ich die große wurde durch portal ist ich will sie nein ich habe die zweite kugel gemacht ja nein ich habe den typen die quest angenommen ich bin ja so drüber zu schweben dann fliegt ihr dann hob ich mehr drüber doch da war ich mich welcher und durchgebrannte hier so ein riesen vandalismus gestartet hat aber naja bei der nächsten folge werden alle arten von dialoge aus sein also sprach technische ausgaben wird nerven auf dauer ich bin jetzt und natur ich bin an der vorbei gezählt und habe die google mit gelungen habe ich wohl so dann haben wir kann man nicht so ein maulischen holen wir haben dann sehen wir uns dann in der nächsten folge mit etwas mehr reichtum oder wieso Tito was hat man denn so viele Akkons ok wir sind jetzt bei 18 minuten ok da gibt es halt eine xxl folge ja stimmt die xxl folge ist die minecraft und letzten die fast eine stunde geht ok äh was war das geräusch die Tür hat sich geöffnet ach du scheiße hast du ein Akkana? ja ich bin Mischa ich bin sie es ist wirklich weg das ist ok genau was ist ist für mich frei die mehrere madre Schengengengl auch im Endeffekt meine Anzeigen sind alle wieder so wie sie mal waren bei Blüten du sprichst aber gut voran ja so nicht schlecht ich habe jetzt habe ich gewöhne in der Welt die Pässe an die Wartung ja wie geil jetzt hofft das natur heißt